Willkommen zu einem neuen Video und jetzt klingelt das Telefon von Fabio im Hintergrund. Diesmal geht es um den Skype und um natürlich wieder mal den Hunger Games Server. Ich habe mir jetzt in einer langen Zeit mal, nachdem ich so haufenweise Anfragen bekomme, bekomme ich mal deine Skype-Addy, nimmst du mich bitte an oder sonstiges, habe ich jetzt einen Skype-Fan-Account, den Gamers.Fan-Account. Link dazu, beziehungsweise den Namen dazu, findet ihr in der Beschreibung oder hier im Video. Ja, und hier könnt ihr mich jederzeit adden. Ich denke mal, ich werde hier mindestens fast singen, immer wenn ich da bin, öfter auch mal da sein. Da ich das über zwei Computer dann leite, über meinen Haupt-Account, über den hier. Und ja, da bin ich auf jeden Fall dabei. Ich habe mir auch schon drei Leute über Facebook addet, also eigentlich vier. Dieses M137 ist auch jemand von Facebook. Und ja, dann geht es jetzt hier zum Server. Wir haben hier gerade 51 Leute drauf. Das ist doch schon mal eine geile Sache. Und mich würde es freuen, wenn ihr hier noch mal ein bisschen drauf kommen würdet, Hunger Games zocken wollt. Ich werde auf jeden Fall morgen was aufnehmen da drauf. Und vielleicht schaffen wir ja mal umsonst die 100. Wird echt mal ein richtiges Lobby-Lobby-Erum. Wir haben jetzt größt, was wir bis jetzt geschafft haben, waren 60. Und es wächst täglich. Es muss einfach nur noch mehr werden. Wir könnten hier 500 Slot draus machen. Überlegt euch das mal. 500 Slot. Und um 20 Uhr gibt es heute auch ein Event. Das Item-Drop-Event. Und da gibt es halt XP und Items. Geleit von Fabio, ne? Ja, der redet. Nee. Nee, doch, er redet doch. Ich bin da gut. Und ja, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und danke fürs Zuschauen. Und edit natürlich auch den Account hier. Also danke fürs Zuhören. Und viel Spaß beim Schreiben und Sonstiges. Tschüss.